Jeder Place, so, da ist was. Ach, guck mal, da drüben. Bombe. Das war die Tür, wo du nicht durchgekommen bist. Genau. Warum komm ich da jetzt auch nicht durch? Kannst du hier noch deinen? Nee, ist keine Tür. Hier ist nix. Ist das hier auf der anderen Seite? Nee, ist unten scheinbar. Gut, keine Schule und nein, ich hatte keine Alpscheibe, die bekomme ich nie. Ähm, was? Nein! Oh, ich glaub, der ist größer. Och, nee. Oh, fuck. Kann ich die wieder einsammeln? Ja. Komm her. Komm her. Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, geh weg. Jetzt. Warte. Uah. Uah. Oh. Oh, nein. Der kann die auslösen, der Penner. Oh, das war die letzte. Jetzt haben wir keine Bomben mehr. Oh. Schock. Schockmoment des Todes, ey. Ich wollte nur hier hingehen und dann kam der auf einmal. Boomer. Das ist sechs Kabel. Das wird natürlich jetzt langsam abgemacht, ey, krass. Jetzt steht doch garantiert irgendwas hinter uns dann. Ich hab auch so... Warum war dieser Dings hier angeschlossen? Das verstehe ich nicht. Warum hab ich es trotzdem mehr gerade? Das verstehe ich nicht. So, können wir jetzt hier durch? Bestimmt. Ach, lecko. Mio. Lecko Mio, ja. Ascho Blanco. Ascho Blanco. Das ist der unbekannte Bruder von Roberto Blanco. Komm wieder, weil ich um die Ecke... Hä, hier waren nur noch überall Dinger. Viecher? Viecher, ja. Da liegt was. Oh, nee, die Box hier. Das können wir ja nicht aufmachen. Kein Dietrich. Das ist das Problem. Und dann hätten wir mit dem Ads-Zeug das öffnen können? Ach so. Das war bestimmt der fette Captain. Oh, Captain, mein Captain. Nein. Nein. Auch mein Dietrich. Ich speichere erst mal. Das war Captain Ronald McDonald. Ronald McDonald. Vielleicht können wir... Da waren ja auch nirgends verwechelt. Vielleicht denkt der Hund ja, es ist hier Nacht und deswegen... Wie gut kennt ihr euch in Minecraft aus? Von 1 bis 10 beantwortet er 1 fast gar nicht. Ich spiele das nur 10er klar. Bitte per Chat steigen. Also Zimmerlampe starten mal. Okay. Wie gut kennen wir uns in Minecraft aus, ganz ehrlich? Null, sagt Zimmerlampe. Bei einer Skala von 1 bis 10. So und Null. Oh Gott. Ich weiß nicht, diese ganzen neueren Versionen kenne ich alle nicht mehr. Ja, ja. Äh. Wo müssen wir denn jetzt hin eigentlich? Schick mal dein Ziel. Zur untersten Ebene gehen und ihn verretten. Kannst du hier gerade nochmal den Zettel dann lesen? Ja. Wir hatten zwei Ersatzkabers, das müssen wir schon... Da auch mich unten Maschinenalarm 2. Ich kann nicht runtergehen, bevor wir es dann... Okay. Aber hier war irgendwo noch Stuff. Stuff. Wo haben wir noch Zeug angezeigt? Wir waren ja oben in 3F waren wir, ne? Kannst du ja nochmal V-Trücken und die Karte angucken. Schacht. Steuerraum. Brücke. Guck mal hier. Lagerraum. Waschraum. Hä? Oh ja. Ah da, doch. Das haben wir jetzt zugemacht, weil die Sicherung... Ah, wir sind hier, genau. Okay, ist natürlich ein Argument. Zimmerlampe. Warte. Eins heißt, wenn du spielst, weiß ich. Weil bei eins spielt man es immerhin. Stimmt. Dementsprechend ist es 0 halt, man spielt es nicht. Ich gehe nochmal hoch zu 3 jetzt. Ding. Hier war der Fahrstuhl. Warte mal, ich will jetzt mal was gucken. Und zwar, er hat doch hier angezeigt, dass da hinten irgendwo Sachen wären. Aber wir können hier nicht rein. Hier unten lagen die aber. Ja, als ob die hier so auf dem Boden wären, ne? Ja, oder eine Etage tiefer halt. Ja, aber was ist eine Etage? Schacht. Oder eine Etage über uns. Ne, dann hätte er es ja oben angezeigt. Stimmt auch. Ja, stimmt. Alter. Warte mal, drehe ich mal um. Hier, mehr noch nach da. Guck mal. Dieses Gitter nur. Was ist das? Ich dachte erst, hier diese Halter so. Ach so. Ich dachte, am Ende müssen wir uns hier vielleicht abseilen. Ja, das war's mit doof. Weil was hier auch... Ah, wahrscheinlich wegen dem Kampf kann man hier reingehen. Und hier wird ja was angezeigt. Ich glaube, ihr müsst eure Antwort noch in den Chat schreiben, da sie ja nicht hört. Ach so. Ach so, sie hört nicht. Dann schreibt mal, äh, nur sechs. Korian. War das vielleicht hier, bei Korian? Unter uns war? Das wäre die nächste Ebene. Wieso können wir diese Tür nicht öffnen? Ich schaue YouTube, deswegen höre ich euch nicht genau richtig. Ah. Ah. Na gut. Gut, dann gehen wir nochmal runter zu den Korian. Weil da war ja noch richtig viel Zeug. Mich interessiert das Spiel nicht. Was? Wir haben ein ganz hartes Publikum. Warum interessiert dich das Spiel nicht? Das ist doch voll spannend und so. Oder hättest du eine Anzugmeinung als Sex? Wobei ich sagen muss, oder ehrlich gesagt zugeben, muss, dass ich, ähm, ach nee, wo waren die Korian? Doch, eins runter, ne? Ja. Ähm, dass ich zugeben muss. Warte mal, dann sind wir da, dann sind wir noch da gegangen. Liegt halt daran, dass wir meistens auch zusammengespielt haben, deswegen. Also, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, das fängst du auch schon damit an, das in jedem Satz zu sagen. Übertreib mir nicht deine Rolle. Ich übertreib mir eine Rolle nicht. Nee, ehrlich gesagt, ist so, ist ein No-Go. Ähm, kann ich mit den ganzen vielen anderen neuen Kram nichts anfangen, was da jetzt noch dazu gekommen ist. Ah, da, ah, da ist das Zeug. Ja, ich fand schon dieses Zauber-Update nicht ganz so geil. Das Zauber-Update? Ja, mit den Zauber-Technik. Ja, Dietrich. Die ganzen Funktionen, die dazu kamen und den Prüfstand und... Aber, hat seine guten Punkte, aber ich hab die neuen Versionen dann auch gar nicht mehr gespielt. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, mit so einem Drachen zu fliegen, glaube ich. Stimmt. Das hab ich, also... Also, sagen wir mal vom Stand... PvP mach ich generell eigentlich selten. Vom Stand von 2014? Ich weiß nicht, oder 2015, je nachdem. Also, nicht die neuesten Updates halt, würde ich auch sagen, sind wir... Quasi so ähnlich wie unser Minecraft-Server von Cloud-Quilchen war. Ja. Das war eigentlich ein guter Stand. Mhm. Wie gesagt, die PvP-Sachen hab ich eigentlich generell außen vor gelassen. Genau, ja. Was ich gern gemacht hab, ist auf so... ähm... Fun-Servern zu gehen. Und diese Melodiespiele und Rätselspiele und... äh... Mal... Ne, ich malen, wie hieß es? Äh, äh... Super Mario Dings? Ne, ne, ähm... Ach, dieses... Dieses Bauen. Genau. Kriegst irgend so'n, so'n... Keine Ahnung. Bildet. Ne, ich... Bildet, ähm... Speichern. Egal, wo man ein Word bekommt und dann irgendwas dazu bauen muss und am Ende wird abgestimmt. Das hab ich ganz gern gemacht. So die kreativen Sachen. Das war auch richtig cool. Das hat auch Spaß gemacht, ja. So, wir haben jetzt noch Edson. Wir können jetzt noch... Mario Party war auch lustig, ja. Eine Gewebe... Die kleine... Die Gewebepro... Ach, die Gewebepro von Evelyn ist das... E-E-001. Ja. Guck mal, da möchte jemand raus. Ja. Müssen wir mal rauslassen. Sollen wir mal rauslassen? Master Builders, genau. Master Builders, genau. Sehr gut. Das hab ich gern gemacht. Das war echt cool. Das hat auch echt Spaß gemacht. Können wir mal wieder machen. Ja, gern. Stimmt, eigentlich war echt geil. Okay, speichern und dann... Du willst doch jetzt nicht ernsthaft auf... Da könnten wir mal eine große Runde machen mit... Mit Grafhöllchen und Co. Waren wir eigentlich bei 4 schon oben? Können wir auch nochmal hochgehen, gucken, ob da nochmal irgendwas ist. Habt ihr gerne gespielt. Du kennst nicht, was Master Builders ist? Also du kriegst irgendein Wort? Wahrscheinlich kennst du es schon. Hat nicht zugehört, weil sie hat uns ja gemutet. Ja, stimmt. Ja, musst du mal erklären. Haben die gerne. Ja, Zimmerlampe macht das immer ganz gut. Gibt die Antworten weiter. Genau. Unser Mod-Support. Wer noch? Weiß nicht. Uah! Snowstorm. Snowball heißt er ja in Minecraft. Snowball, ja. Taser, ich kann da mitmachen. Und... Äh, wie ich sag, Janne. Und... Die Lini. Keine Ahnung, ich kenne jetzt die alle. Die vom Server, wer da Bock hat. Der Pipi-Kacka. Oder halt nur so zwei, vier Leute, wäre natürlich auch okay. Dann wird nicht so durcheinander geredet. Stimmt auch. So, gehen wir runter, oder? Born. Born. Genau, Born. Ist ja auch ab und zu mal hier sogar. Oh, ich würde auch gerne. Siehst du? Ach, jetzt wird... Er wartet. Gott. Wer ist er? Er wartet. Ja, Ethan. Ethan. Er wartet auf dich. Oh, oh. Das sieht nach einem Megadingskrampf aus. Da kommt was. Ja, natürlich. Über uns läuft er. Da. Und er kommt hinter uns runter wahrscheinlich. Ist es ein Hund? Ist es ein Mensch? Der hilft hier runter. Das ist so ein Sichelarmtypi. Ich dachte, jetzt ist hinter uns einer. Alter. Ja, ich dachte es auch. Alle von selber, die Bock haben, können mitmachen. Was ist das auf dem... Wait, was? Oh Gott. Ist das auf dem Server? Ne, ne, das ist ein extra Server. So wie Gomme und... Andere, die ich gerade nicht auswendig kenne. Oh Gott. Schnauze. Schnauze, Schnauze. Schnauze, Schnauze. Schnauze, Schnauze. Schnauze, Schnauze. 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 Alter. Hund. Sieben Schuss verballert hier. Warte mal, soll ich jetzt... Ich kann jetzt noch mal starke Poliz... Pistolen... Polizion, Munizierung. Ich kann noch mal starke Pistolen, Munizierung. Zwei Stück. Da noch mal andere Munizierung. Zusätzlich. Alter, diese Musik. Okay, wir gehen mal trotzdem hier... Oh, nice. Weil die wollte ich nämlich jetzt eigentlich ungern verschwenden. Und diese sichere Viecher, die halten halt super viel aus. Zimmerlampe macht Dolmetscher. Übersetzt von Sprache in Text und von Text zu Sprache. Unser Korrespondent hier. Speichert. Es speichert. Es hat gespeichert. Okay, wir gucken uns nochmal um. Er würde mir jetzt hier echt nichts verpassen. Wenn jetzt Ethan wartet... Was mich jetzt wirklich stören würde, wäre, wenn... Huch, huch. Du kitzelst. Das ist mein Fuß. Wenn, ähm... Wenn die Batterien von der Lampe immer leer gehen, würde man auch noch Batterien suchen müsste. Surprise. Alter, wieso kriegt es denn nicht hin? Wenn man es nicht drauf hat. Und er legt die Bäume direkt vor sich, wo er nicht in Deckung gehen kann. Hallo. Der Kackviecher nämlich. Scheiße. Und was cool wäre, wäre, wenn man wegleihen könnte und dann sowas wie die Holzpaletten, die da hinten stand, umwerfen könnte, dass es nicht durchkommen. So wie bei Dead by Daylight. Bei Dead by... Ach so, ja, so. So Dings wie, äh, Gewehrmunition. Nur das Master will, das nicht auf dem Klarpfüllchen-Server ist. Ja. Oh, wie viel Pistolen-Munition wir bekommen haben. Oh, oh. Und ganz viel Gewehrmunition, das ist sehr... 342 Maschinengewehr. Das ist... Ja, ich weiß nicht, das zeigt schon so, jetzt kommt hier ein Kampf oder sowas, wo wir, äh... Ja, gut, wir sind auch auf der untersten Ebene. Ja, Berlin. Such ein Ethan. Warte mal, ich mach jetzt mal das Messer auf.